Herzlich willkommen hier bei uns bei Bildner TV. Wie kann man den Überblick behalten? Wie kann man etwas Kompliziertes, vielleicht grafisch einfacher erklären? Ja, mit Hilfe von SmartArt unter Word. Da könnt ihr zum Beispiel einen Stammbaum eurer Familie ganz wunderbar darstellen oder das Organigramm aus dem Verein ganz einfach aufzeigen. Wie das funktioniert, SmartArt, wie einfach das wirklich funktioniert, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hallo, ich bin der Thomas. Willkommen zurück. Hier ist Bildner TV, euer Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Heute möchte ich mit euch was ausprobieren, nämlich SmartArt unter Word. Ist noch relativ neu in Anführungszeichen. Viele haben es noch nicht ausprobiert, aber heute gehen wir gemeinsam auf Entdeckungstour und ich finde, es ist ideal, dieses Tool unter Word, um zum Beispiel einen Familienstammbaum darzustellen. Lange, Rieder, kurzer Sinn. Wir starten auch gleich. Wir brauchen Word dazu und wir öffnen dazu ein neues Dokument. Also, wir gehen hier gleich mal in Word, neues Dokument und brauchen als erstes Einfügen. Und hier finden wir unter Einfügen SmartArt. Einmal klicken und da sehen wir schon, ist ein bisschen verwirrend, gibt es jede Menge Möglichkeiten von SmartArt. SmartArt steht im Grunde dafür, dass man Zusammenhänge grafisch darstellen will oder Arbeitsprozesse auch mit Grafiken irgendwie leichter erklärbarer machen kann. SmartArt ist dafür ideal geeignet. Man muss hier ein bisschen einarbeiten in das Ganze schon mal als Tipp vorneweg, aber wenn man mal diese Funktionsweise verstanden hat, ist es wirklich sehr schön damit, Dinge zu gestalten und bietet sich eben perfekt an, um zum Beispiel euren Stammbaum aufzuzeigen. Der kann ja durchaus auch ein bisschen komplexer sein, von daher ist es ganz gut, hier eine grafische Hilfe zu haben. Für einen Stammbaum würde ich euch den Menüpunkt Hierarchie hier unter SmartArt empfehlen. Wer Interesse hat, kann sich auch gerne mal durch alle anderen Bereiche durchklicken, da ist viel Schönes dabei. Aber wir klicken hier mal auf Hierarchie und dann brauchen wir hier ein Organigramm. Organigramm einmal anklicken, mit OK bestätigen und dann sehen wir hier schon das Ganze. Machen wir jetzt eine kleine Spur, kleiner, dann passt es ja besser auf den Bildschirm. Organigramme kennen wir zum Beispiel aus Firmen oder auch aus Vereinen, überall wo was organisiert wird. Da gibt es das sogenannte Organigramm, da ist hier der Chef und dann gibt es verschiedene Abteilungen, Abteilungsleiter. Das Ganze wird mit einem Organigramm bildlich erklärt, wer für was zuständig ist oder welche Verbindungen irgendwo bestehen. Und dieses Konstrukt kann man sich natürlich super zunutze machen für einen Stammbaum. Ein Stammbaum ist im Grunde auch ein Organigramm. Wo komme ich her? Welche Verwandten habe ich? Wo sind meine Ursprünge? Stammbaum ist eine sehr spannende Angelegenheit. Also jeder, der Zeit hat, soll sich damit mal auseinandersetzen. Für unseren Stammbaum ist dieses Organigramm unter Hierarchie bei SmartArt ideal geeignet. Und ich würde sagen, wir beginnen hier auch gleich mal das Ganze auszufüllen. Ihr seht hier überall so Texthalter. Wenn ich hier reinklicke, kann ich das Ganze sofort zum Beispiel beschiften. Klicke ich hier rein, schreibe ich meinen Namen, Thomas. Passt sich auch gleich die Größe der Schrift automatisch an. Das ist die eine Möglichkeit, hier direkt in die Felder zu klicken und sie zu beschiften. Oder ihr habt hier auf der Seite so einen kleinen Pfeil. Wenn wir den mal anklicken, dann könnte ich die Felder auch hier über dieses Textfeld beschiften. Also wenn ich hier unter Thomas schreibe, ich dann noch Mutter. Und da müssen wir jetzt als nächsten Schritt unseren Stammbaum ein bisschen anpassen. Das ist auch gleich das Schöne an SmartArt. Man kann hier wunderbar spielen. Geht nämlich sehr, sehr einfach. Also ich würde sagen, wir löschen hier alles, was hier drunter ist, einfach mal weg mit Markieren und Entfernen. Also einfach anklicken, Entfernen, Tippen und dann ist es entsprechend weg. Dann bleibt hier nur noch ich und meine Mutter. Und dann klicke ich hier auf Thomas oder in diesem Fall hier auf den entsprechende Person und gehe hier auf Assistent hinzufügen. Klingt sehr technisch, aber ihr seht, was gleich passiert. Mein Vater in diesem Fall ist dann mein Assistent in Anführungszeichen. So kann man das bezeichnen. Und dann gehe ich hier wieder auf meine Mutter. Und hier füge ich noch die Großeltern mütterlicherseits hinzu. Das sind dann jeweils, ja auch wieder, wie es hier benannt wird, Assistenten. Und das Gleiche mache ich bei meinem Vater auch hier, meine Großeltern väterlicherseits. Ich kann das Ganze natürlich auch wieder beschiften mit Oma und Opa. Ihr seht, das ist jetzt ein sehr, sehr einfacher, ganz einfach strukturierter Stammbaum. Kann hier natürlich auch jede Menge Daten noch dazugeben. Ich kann hier zum Beispiel bei meiner Mutter noch die Daten hinzufügen. Dann haben wir mal Maria Muster. Natürlich auch noch das Geburtsdatum. Und vielleicht den Geburtsort. Also ich kann hier sämtliche Informationen natürlich auch noch hier in diesen Stammbaum, in die einzelnen Textfelder mit hineingeben. Alles natürlich entsprechend beschiften, so wie ich das möchte. Das Tolle ist bei SmartArt, ihr könnt jederzeit auch die Optik wechseln. Das heißt, ihr könnt das wunderbar bearbeiten, je nachdem, wie ihr das wollt. Wir haben hier zum einen im Reiter SmartArt Design verschiedene grafische Vorschläge, wie das aussehen könnte. Ich kann hier natürlich auch noch die Farbpaletten verändern. Ich kann das auch entsprechend individuell gestalten, wie ich das möchte. Kann hier natürlich auch, wenn ich hier diese Hierarchie zum Beispiel, diesen Stammbaum gestaltet habe, auch noch andere Layouts wählen. Zum Beispiel den hier. Dann könnte ich hier noch zusätzliche Informationen in die kleinen Textfelder mit dazugeben. Da ist noch ein zweites Textfeld. Oder was es auch gibt hier zum Beispiel, gibt es die Möglichkeit, da ist der Text, die Informationen sind außerhalb der Symbole. Aber ich habe hier die Möglichkeit, mit einem Doppelblick zum Beispiel noch Bilder einfügen, was natürlich bei einem Stammbaum ideal ist, wenn ich hier einzelne Fotos von mir, von meinen Eltern, von den Großeltern mit hinzufügen kann. Das ist dann wirklich mit der Zeit sehr, sehr spannend. Wo bekomme ich auch die Fotos noch her aus den einzelnen Generationen? Also ich kann mich hier wirklich austoben unter SmartArt und hier eben darstellen, wie sich so meine Familie zusammensetzt. Kleiner Hinweis. Am Anfang ist das Ganze ein bisschen verwirrend, weil die Bezeichnungen hier mit Assistent, das kommt alles aus der Geschäftswelt, aus dem einfachen Diagramm. Aber man muss sich das halt im Kopf übersetzen, wie passt das zu einem Stammbaum. Also ruhig damit spielen, ausprobieren. Ich kann hier zum Beispiel, wenn ihr seht, ich wähle mir einen Bereich aus und sehe dann hier unter Form hinzufügen, gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, weitere Personen hinzuzufügen, bevor ich euch das zeige. Aber schreibt uns bitte einen Kommentar. Habt ihr schon mal SmartArt genutzt? Wenn ja, wie oder wollt ihr es ausprobieren? Wie geht es euch mit einem Stammbaum und so weiter? Schreibt uns ganz einfach in den Kommentaren. Ganz, ganz wichtig für uns euer Feedback. Und vor allem mit einem Kommentar nehmt ihr jede Woche in unserem Gewinnspiel teil. Das heißt, wenn ihr einen Kommentar schreibt, seid ihr schon mit dabei in einem großen Lostopf. Und jede Woche wird ausgelost und ihr könnt ein Buch aus dem Bildner von Axt-Programm gewinnen. Das Tolle dabei, ihr könnt euch selber aussuchen, welches Buch ihr denn gerne hättet. Und da gibt es einen kleinen Tipp von mir. Und zwar, wie wäre es denn mit Microsoft Office für Senioren? Ist randvoll mit vielen Tipps zu Word, Excel und PowerPoint. Und natürlich SmartArt wird auch erklärt. Denn SmartArt gibt es nicht nur unter Word, sondern zum Beispiel auch unter PowerPoint. Also in diesem Buch ist alles drin, was ihr wissen müsst und wissen solltet, wenn ihr mit den Office-Produkten arbeitet. So, wir wollen jetzt hier bei mir noch die Kinder hinzufügen. Dazu wähle ich mich aus, also den entsprechenden Bereich hier. Gehe hier auf Form hinzufügen und gehe darüber hinzufügen. Kann natürlich jetzt hier auch wieder die Daten eingeben. Also schreibe ich jetzt hier Tochter Maria und ist geboren am 01.01.1999. So, nur als Beispiel für euch. Und so kann man sich einen wunderbaren Stammbaum anlegen, kann alle Daten hinterlegen, was ja ganz, ganz wichtig und interessant ist, auch bei einem Stammbaum. Es ist ein bisschen Spielerei. Es ist aber auch sehr schön auszuprobieren, was man mit SmartArt alles machen kann. Ihr werdet entdecken, es gibt viele, viele Möglichkeiten. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel Spaß beim Austesten und freue mich, wenn wir uns wiedersehen, hier bei uns bei BildnerTV. Das heißt, Abo nicht vergessen, dann versäumt ihr keines unserer Videos. Jeden Tag gibt es ja ein neues Video zu den praktischen Tipps aus der digitalen Welt. Bis zum nächsten Mal, hier bei uns bei BildnerTV. Bis zum nächsten Mal, hier bei BildnerTV.